hallo und herzlich willkommen zurück zu unturned wir sind auf der suche aber wir sind dahin zu dem airdrop der cliffhanger hat ungefähr so ausgeschaut ich habe gesagt hey leute da schön dass du so und wir sehen uns das nächste mal wir sind geared up und alles wird gut und was ist passiert zehn sekunden später von hinten erschossen wir laufen zu dem airdrop ich weiß nicht wo der wo der wo der ist der geht bandit town runter okay lass es uns tun bandit town it is bandit town it is when it is then it is den kleinen weg mit mir dahin also wir sind in der zwischenzeit wieder nicht so schlecht unterwegs wir haben wieder epiglut und zwar die ich weiß gar nicht wie sie heißt ich wollte euch oil rig machen aber machen wir zuerst schau mal da fliegen die mit dem flugzeug mit dem schubschrauber schon hin geht der runter der geht runter da springen sie raus das ist der chance ich weiß nicht ob der war nicht deshalb keine ahnung er ist tot das ist so deppert oder ich hab's gewusst fuck jeder so eine scheiße jetzt einfach warten sollen bis sie weg sind und dann einfach das luten was sie zurücklassen und dann hätten wir irgendwann einmal richtig was machen können so ist das ein mist der typ lernt einfach nicht er lernt einfach nicht es wäre nicht so ja voll beknackt er echt es war nicht weit von dort oder jetzt bin ich aber ganz unten fach ja das dann irgendwie der art schaue scheint chance das baust in der nähe dort und dann ist es vorbei gott wie nubisch von mir ich bin sein no pay halt mir selber nicht aus ist ja klar dass mir keiner zuschaut man wir gehen jetzt rein und holen den jungen von hinten raus fertig geschießen um rent wird sicher unten in berg rauchten seien die schreibt man uns und dann holen wir uns da raus wir gehen wir gehen Surprise, motherfucker. You just want my banana. You just want my banana. Bitch. Bitch. Bitch heißt hübsches Mädchen. Hübsches Mädchen-Banane? Wollen Sie ein bisschen von der meine Banane? Ja. Wäre aber lustig gewesen, den da hinten rausholen, oder? Also hätte er verdient auf jeden Fall. Bei seinem Sprachschatz. Ähm, was ist das? Was ist das? Was ist das? Interessant. Kann ich wieder essen? Njam, 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 njam. Lecker shit. Was ist das? Ein Buch? Bread. Njam, njam, njam. Ah, Kochwitze. Nice. Das brauche ich. There is stuff. Die Scorpio. Die Knight Rider. Dadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaada. das ist die scorpio aber schon am besten also ich habe keine ahnung wie schaut die nightrider es ist immer alle mitgenommen es ist echt schwierig auf seinem server schon alles muss entweder wenn triffst du komplett abgegeben aber vorher hat uns ein typ es ist es ist also ihr jemanden das auto hier geblastet will sie schon wer melden oder hallo seid ihr hier I blasted someone's car and I don't regret oh nice ich bin eigentlich nur mehr auf der player suche früher war es immer so ja schnell waffen looten und dann keine ahnung ob ihr guter war für der schlechte waffe haben auf jeden fall jetzt genug munition immer durch die durch die kohle die von irgendwo kriegt habe das kriegst wenn du gehst oder also muss man durchkrautchen sozusagen der crouchchamp der berühmte AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH I'm coming for you bro kill inside bitch what's that it's a helicopter we need this oh my gosh I fucking need this you can't fly with this nope nope what do you think where did you learn to fly I don't know if I need this maybe I need this and maybe I need this as well but I don't know if I need this here we go but I have to test it because on the zombies it says there isn't anything there is something how much it is or what it can or oh no I don't know I don't know I don't know that's 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 hues yo bros come for me that's 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 I mean it's I don't know I don't know it's a little a lack of information I think the lack of information ski is a real the struggle is too real need helmet need helmet that's that's lassen how can I the fps anzeigen lassen so als die weg da die hatten wir vorher siehst du los taliban leider also jetzt schnell direkt auf die vektor wechseln kann ich die wegschmeißen oh man Aber er war ja voll Geared, ich meine irgendwie, keine Ahnung. Das war unten jetzt, oder? Was ist, wenn ich Home anklicke? Ich habe ja kein Home. Western-Orsch-City oben. Kann mich nicht killen. So, one die per Episode, oder? Ah ja, ein feindlicher Spieler und ... Run's dead. He's dead. Why? But why? Why you do that to me? Ich hasse diese Western-City, we have to go in. Ah doch, YouTube läuft. Zwölf Minuten, kurze Folge. Na komm, lass uns einmal reingehen in den Scheiß. Ah, how I fucking hate this. Mit der kleine Finger wirfen und die ganze Zeit ... Crouchy, oder was? Na, eben, los geht's mal. Run for it, boy. Wir können ja noch ... Wieso kann ich den nicht rumhaken einfach? Ist ja wie Minecraft da. Was ist denn? Was ist denn alles in der Hölle da passiert? Ja, kassierig. Mäau, wau, 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 wau. Ah, ja, 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 ja. Bandana? Ja, nimm halt mit this Copia drum. Dope shirt Check this man Jetzt bräuchte ich schon die Scorpio bald, oder? Und jetzt fangt an die Scheiße an Once, gear up, oh yo, gear up Oh fuck, ey, I hang myself Nice Und von da ist weiter breit nix dann mehr, ne? Oh ja, die nehmen auf jeden Fall mit Was? Ja, fast kein Rückstoß, das ist sehr angenehm Was haben wir da? Die AK, was haben wir jetzt geschneid, das war die... Seht ihr das jetzt, ich seh das ja eben nie, das ist ja die Kacke Aber ich hab genug Magazine für die ich grad gekauft Krieg ich nicht die AK auch eine? Ja, ich muss es ja lernen, es hilft ja nix dann auch Keine Ahnung, ob das gut oder schlecht ist Das war jetzt auf jeden Fall One-Shot, das hat die andere nicht zusammengebracht Was? 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 Untertitelung des ZDF, 2020